So liebe Zuschauer, was viele gar nicht wissen, ich habe jetzt extra meine Phil Collins Gedächtnisbrille aufgesetzt, weil ich nämlich früher natürlich auch mal etwa 40 Jahre lang Funk-Schlagzeuger war. Und jetzt sind die Youngsters gerade hier von der Probe verschwunden, jetzt werde ich nochmal ganz kurz an Schlagzeug gehen und nochmal ein bisschen für Sie exklusiv heute Abend hier ein bisschen was rocken. Sind Sie da? Ich bin hier. Das ist eine Eigenkomposition. Das ist eine Eigenkomposition. Das ist eine Eigenkomposition. Wer kann es immer noch?